Jetzt gehts auf. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Game of Rends. Wieder einmal bei Wo sind sie? und dabei sind der Berni und der Wilder Wilder, ja, grüß euch Heute ist der 20.11. Was heißt das? Wilder, was heißt das? Hm, was war am 20.11.? Ist das vielleicht der Jahrestag? Kann das sein? Ja, ein ganz wichtiger für die Menschheit Was denn für einer? Sag's uns Da ist Game of Friends gegründet worden Echt? Ja Kippt die schon so lange? Ja, ein ganzes Jahr schon Wer hätte das denkt, dass wir so lange durchhalten? Ich hätte nicht einmal gedacht, dass wir sowas überhaupt machen Jetzt spielt man natürlich keine Runde, das ist natürlich wieder ein Klassiker Wenn man denkt, wir spielen mal eine Runde für unseren Jahrestag mit dem, was wir angefangen haben vor einem Jahr Was, die Besetzung ist anders Robert hat keinen Bock mehr auf dieses Spiel Verständlich, es ist sehr nervenaufreifend, deswegen haben wir es auch schon lange nicht mehr gespielt Aber zum Jahrestag haben wir uns gedacht Ja Da werden wir uns noch mal ein bisschen lehren Beim Ben jetzt noch ein bisschen Überredungskunst braucht Ja, bei dünnen Nervenkostümen ist das immer so eine Sache Ja, was hat uns das Jahr gebracht? 205 Abonnenten haben wir jetzt gerade beim Aufnehmen Ich hätte es nicht geglaubt, dass das überhaupt jemand ausschaut Was wir da machen Wenn wir sich das erste Mal sehen, wie schlecht der Ton war und wie schlecht wir gespielt haben Ich meine, wir spielen da jetzt auch noch nicht, aber der Ton ist besser geworden Ich will gerade sagen, das war eine der wenigen Erfolge, oder? Ja, genau Besseres Bild, bessere Technik, besserer Ton Aber Ergebnis das Gleiche Ja, aber immer 205 Abonnenten Also echt danke an euch Danke, dass ihr da zuschaut, schon ein Jahr lang Und was heißt das noch? Wir haben in dem anderen Jahr 726, also mit dem Jahr 727 Videos hochgeladen Ein paar Jahre Das sind also fast zwei Videos pro Tag Die Leute werden sich auch denken, haben die nichts anderes zu tun? Doch, wir sind alle arbeitstätig Wir sind alle arbeitstätig Aber das heißt Und jetzt muss sich der stille Zuschauer da schnell einschläge einklinken Hallo Leute Und weil ich gerade geschaut habe Wir haben auf heute genau 44.373 Aufrufe Mit allen Videos, die wir miteinander haben Ja, da frage ich mich ja, was tut jetzt eh so leidelt Das ist irgendwie so anschaut Und fast 5.900 Stunden Total Das ist echt heftig Danke dafür Ja Für das ruhe ich mir heute unser Nervenkostüm Nur für euch Auf alle Fälle Und ich stelle mich wieder auf Stummen und Lachen an ins Falschen Ja, schön, dass du da reingeklickt hast Ja, schön, dass du da reingeklickt hast Du hast uns den Scheißdirektor eingebrockt mit dem Wahsander Oh, spielst du Wahsander, das ist so ein geiles Spiel Das war es am Anfang Ich glaube, so ist es ja nicht gegangen Wo das Spiel das allererst gespielt hat In der allerersten Match, wo du gegen den Computer spielst Wo du zehn Abschüsse gemacht hast Jetzt bist du froh, wenn du mal einen Gegner findest Jetzt wirst du zehnmal abgeschossen Ja genau Jetzt bist du der Computer Ja, Tali, ich wünsche euch ein frohes Spiel Ja, ich werde ja beschossen Wieder ein Rückzug, Rückzug, Rückzug Oh, ich bin jetzt schon im Spiel drin Und dann nehme ich euch schon nicht mehr länger Ja, aber nachher bist du dabei Weil es gibt bei uns was Neues vielleicht Ja, genau Das ist ziemlich Ziemlich ab 18 Das ist wieder sehr interessant Ich bin schon sehr gespannt Nur für erwachsene Gauflen Für die Gauflen Nur denn, wir hören wir uns in dem nächsten Video Servus von meiner Seite Servus, Servus, Servus So, dann werden wir da hart beschossen Wären wir da Ah, ist hart umgekämpft Oh, ich werde getroffen, ich werde getroffen Ich werde mit zwei Türen fahren Halt, du sie in den Schach Ich komme von anderen Seiten Jetzt gehört wohl wieder, halt sie in den Schach Ja, ja, ich bin hochkonzentriert gerade Du ja, du ja Du ja, du ja, nimm nicht du Ich habe ihn sicher, ich habe ihn sicher Wenn ich lache, dann hüpfen wir ihm aus Alle, die haben mich abgeschossen Oh, den habe ich erwischt Volltreffer Fast bin ich schon rumtum Fast bin ich schon rumtum Der hat bloß kein Feind nicht gekommen Oh, jetzt haben sie mich recht Da stehen drei Die sind fies, die haben darauf gewartet Da rumtum fahren Da kommen noch mal zwei auf A Die sind noch nicht genug, ich habe es festgestellt Ich bin gerade am Rapper richten Ja, der Matrixman ist noch bei dir Ja, da kommt ein bisschen mehr Unterstützung Aber irgendwie fallen die gerade, wie die fliegen Ja, da sind wir noch so, wie bei der ersten Folge Gut, das ist die Blatt repariert Schief in der Seite ausgeschaltet, naja Ja, wenigstens war es ein schöner Kühl Das war es definitiv, ja Aber es war vier, im Gegner auch Ich bin schon ausgeschaltet Ich kann ihn nicht hören, dann fahre ich durch die Nachbar Ich bin jetzt der Einzige, der noch da steht bei A Du machst das schon, ich fahre mal zu B Ja, ja, ja Hinter dir kämen wir uns aber auch schon, da ist auch ein Gefecht hinter dir Ich frage, sollen wir es jetzt bei A noch mal probieren? Ja, jetzt, der Widerer steht oben noch vor Wir müssen ihm schon helfen, solange wir leben Ja, jetzt brauchen wir ihm nicht mehr helfen Von wo haben sie geschossen? So, fahren wir dann hin Ja, ich bin nicht so Ja, vor der A Ich glaube, so lange kommen wir gar nicht Das passt der Situation, ja Fahren wir dann, dann sind wir hin Da geht es nicht überall zu Ja, wie die Option, A oder B, A oder B, A oder B Ich schwenke jetzt mal auf B um, da geht es ab Und auf A geht es auch ab Auf A kommen natürlich die ganzen Feinde, außer die uns vor allem behakt haben Also es wird jetzt eh schwer, irgendwo hin zu kommen wahrscheinlich Ja Fahre mal Richtung B langsam C A Ich werde gerade versucht, Eignität zu nehmen Aber langsam fahren kann ich Ganz langsam Grit Da ist einer Helf mir mal einer da Was machst du denn da hinten? Da ist er Ich sehe ihn nicht, da ist ein, da ist ein Gebirge Kann ich nicht die schürzen Wenn die ein geschürzes Gebirge jetzt haben Jetzt haben sie mich von vorne auch noch behakt Oh Gott Wo bin ich denn da? Zwischen A und B Die hätte ich beschürzen können, aber den Gegner nicht Die hätte ich beschürzen können, aber den Gegner nicht Oh leck Eine ganz schöne Distanz Oh schön Genau, so muss man denken So muss man denken, Benni Oh schön Man muss sich für den anderen freuen So schön schon Bis heutzutage ist alles bei den jungen Leuten Man muss sie auch mal gönnen können Die fahren hier nicht Na super, jetzt haben wir alle drei Punkte nicht Der ist schön Naja, ich hab die Mäcke glaube ich noch nie gewungen in meinem Leben Da, was wir was anderes spielen Hab ich da noch nie gewungen Ja, du spielst ja nicht Ja, schon lange nicht mehr, nein Vielleicht spiel ich sie jetzt wieder echter Mal schauen Jetzt, wo ich heute zum Hauptmann befördert worden bin Ja Ja Wo war die denn drauf? Keine Ahnung Ich seh ich erst gleich Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn Er hat mich auch getroffen Und zwar genau wie der Ketten ist eh klar Motor aus, alles aus Ich kann mich nicht mehr bewegen Ja Ja wenigstens braucht er bei dir zwei Schuss Nicht wie bei mir bloß einen Nein, drei hat er nicht geschossen Da ist er, Matrixman Da ist er Er streckt dir einen Asch entgegen Ich bin ja gar nicht mit dir Der Gegner hat er noch gar keinen verloren Ich hab deinen Namen im Hintergrund gesehen Jetzt hab ich bloß an meinem Flugabwehrpanzer Ich geh jetzt noch mal auf offene Fläche 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 Ich geh jetzt noch mal auf Ich geh jetzt noch mal auf Ich hab ihn getroffen Ich hab ihn getroffen Ich hab ihn auch getroffen Ich bin tot Ich glaub der hat mich jetzt dreimal ausgemacht mit seinem T-34 Ich hab ihn nur Punkte gemacht Ach das ist der da oben der sniper oder? Mhm Der ist, der ist mieser Aber der Wildrad hat ihn jetzt ausgeschaltet Einen hab ich ausgeschaltet, ja Da steht aber glaub ich noch zwei da irgendwo Da steht, da vorne steht alles voll mit Feinde Theoretisch kannst du gar nicht daneben schießen Meio 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 mei Und das machen wir schon ein Jahr lang mit Ja Ich wundere das mir überhaupt noch nicht helfen Aber noch nicht beim Psychologen sitzen Ich werde mich geschossen Wo ist er von wo? Von wo? Ja von wo? Ein neuer Sag er moi Moi Ich hab ihn nicht gesehen Ja Hey die anderen haben einen Warn verloren Wahnsinn hey Das war der schlechteste Cheater Ja Ich bin draußen Ich bin auch im letzten Bock Ich freu mich dann auf die runden Flugzeuge flippen Ja Jetzt wieder ein netto parken Vorwärts marsch 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 Ja aber da ist noch einer in der Richtung Ich weiß dass da noch einer ist Die Sau versteckt sich bloß hinter die Hügel irgendwo Ich nehm jetzt mal schnell A ein und dann komm ich wieder gell Äh ok Ja dann fahr ich halt auch auf A Ja Jetzt hast du mich nur Vorsprung lassen Gell Jetzt hättest du mich wieder bräselt Aber so schnell wie sich da der Turm dreht Und der Panzer bewegt Da können wir dann zweijähriges fahren Dann bin ich da Also unsere Flugzeuge behaken da vorne wie die Hölle aber irgendwie richten sie nichts aus Ja jetzt haben sie einen ausgeschöpft Neh wir fahren sofort so schnell Und siehst was Ich schätze mal dass niemand kommt Hey Prinzler Was machst du da? Hey wir haben nicht gewonnen Das ist jetzt aber ein Wunder Aber wir haben auch nicht alle Panzer verbracht Nein? Bono Hast du schonmal was? War kein totaler Verlust Außer beim Bernie Ne alle werden nicht verloren Ja der Bernie ist dafür jetzt dann der Rote Baron Der Red Baron Ja Aber wenigstens nicht letzter Platz 6 immerhin Wo die Schlechten nicht der Schlechter Warte bist du mein besser als ich Ja Ich bin ja auch Flugzeug oder? Können wir vielleicht ein paar Kills machen Lustwaffe Maximal 2-0 oder Bernie? Was hast du? Machen wir mal schauen Luftwaffe 1-0 Ja Ja Passt Lustwaffe 1-0 1-0 Sehst du? Ja Also nicht her wie 2-0 Junge 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 Nicht her wie 2-0 Ja was nehmen wir denn da? Mal schauen ob ich schon auf Aufnahme gedrückt Ja leider Ich hab was innen die Italiener Italiener Ah da ist wieder der Ding dabei da Wie heißt er? Der Brrrr Genau Brrrr 20 Brrrr 20 Brrrr 20 Ich hab die Wo ist er denn? Da Was sag ich dann da? Ja Robert bist du noch dabei? Also hörst du noch zu? Ich glaub der ist eingeschlafen Wie viele verschiedene Spiele haben wir jetzt in dem 1er Jahr ausprobiert? Ja Also die meisten ja wahrscheinlich du oder Hector? Ja also was haben wir gespielt? Also Star Wars muss ich wieder aufnehmen Es ist leider ausgelaufen aber zur Zeit komme ich nicht dazu Dann Planet Crafter Conan Zwei Staffeln Eine läuft ja noch Seven Days haben wir ja gespielt Bernie und Robert und meine Wenigkeit Das ist ja Hab ich mal wieder weiterzocken Das muss wieder auferleben ja Das muss wieder auferleben ja Mist Survival Und jetzt Ja noch Sagen wir es Der Infekted Ja wir haben ja Was haben wir noch ausprobiert? Robert Stranded Deep Ja Aliens Dann haben wir kurz Das letzte Ding einmal gehabt Ja die Die Worms Worms Ja Dann Robert und ich haben Rise of Nations einmal gespielt Zwei Folgen Ready or not haben wir gespielt Ready or not Kann man auch weiter spielen Da ist ein Update gekommen Weil das war eigentlich echt nicht schlecht Das Ready or not Das Gruselspiel mit den Geistern Phasmophobia Ja genau Satisfactory Ja Aliens Ja Aliens Haben wir glaube ich schon am Ende Ha Was nur Die waren nur ein paar glaube ich Hm Was uns interessieren dort Was dazu mal die Leute dann Das haben wir schon öfters gefragt Ja Ich habe einmal von jemanden gehört Die mögen ganz gern diese Grusel und Schocker zum Beispiel Ja Jetzt haben wir sich auch richtig zerschreckt Hat mir mal jemand gesagt Was wir jetzt auch Das haben wir aber noch nicht aufgenommen So bissl in der Pipeline haben Wäre gilt was 2 Ja ich weiß nicht Vielleicht das interessiert Ich habe gesagt wir müssen wieder neu anfangen Ja da haben wir schon bissl Bissl neu gespielt Und Ja 7 days müssen wir auf jeden Fall gut aufnehmen Geh Robert Mal Ja Aber schau was hinterher nicht dabei ist Das ist mal so mal so Ich muss deine Nachbarn sagen dass sie nicht Kornos schauen dürfen jetzt Ich muss einfach nicht aufhören dass ich ihn runter lobe Oder Oder Wenn hochgelatzt Sind unsere Videos nicht alle bald vorne Ja Deswegen muss ich lieber so weit vom Schreibdisch wegsetzen Ich hasste es wenn ich von so einem lumpigen Doppeldecker vom Himmel geholt werde Das hasse ich Ich hasse es Moment mal nehmt ihr es auf Ja freilich Ja Das waren jetzt ein paar persönliche Einblicke vom Robert Nehmen wir höhenverstellbar übrigens Ja Das ist das Problem weil dann wir von meinem Tisch drücken wir ja auf Klärtasten Eieieiei Eieiei Hat mir vorhin schon zwei runtergehalten Zwei so Rierte Jetzt noch schnell einen runter holen Hans Flackern umher Aber jetzt sitzen wir da Die Do ist jetzt nicht so für ein Nachkampf Obwohl sie ja auch Luftüberlegenheitsjäger oder wie sie das Ding schimpft Eigentlich Ich schau mal vorbei Robert Der Schild Ja genau Ja da wackelt meine Maus wieder Was ist rot und schlecht für die Zähne Ein Siegelstein Bei mir wogelt er nicht die Maus Bei mir wogelt der Bauch aber das ist das Problem Ja Was habe ich Besuch Meine Schützen sagen die haben Besuch Huch ja ich habe Besuch Ich Ich Stürzlo Drei von vier Zielen haben wir schon down Aber nicht dank mir Aber ich habe ein paar Ziele getroffen jetzt Gegenangriff jetzt Jawohl gegenangriff jetzt Ich kann den da fein ziehen wenn wir drei von vier down haben Ich habe mal etwa so So Schutzeig vom Himmel holen Oh 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 shit 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 Oh fuck Du hast ihn nicht mehr hochgekriegt Ne Die sind deinem Alter du bist der Jüngste du Der wollte nicht mehr hoch Kampfklappen Den hat er mir zu siebt Ich rittet Ich muss bremsen Ich muss bremsen Ich muss überholen Ja Jetzt kannst mit seinem Öl Den ganzen Windschutz scheinenvoll Wie sche contexto jetzt Da schon wieder her Ja schon wieder so wollen wir das nächste ziel der hat mich vorhin vom himmel geholt obwohl der andere ist näher nehmen wir uns erst stehen ich werde beschossen da geht ja gar nichts mehr bei dieser kiste nicht abfahrt die hohe die hohe jungen worte war beim flügel verloren von mein gott die hohe oder Aaaaaaah Tante Ju? Uiuiui, shit! Ah shit, mein Flügel, oh shit! Da müssen wir mehr Bodenziele plotten Wo ist denn die Brrrr? Oh shit, oh shit, oh shit Nein Nein, so viel Scheiße Ja, der Flügel ist weg Und die segeln langsam nach unten Aus Gegenstand Versuch's Du musst dich wie beim Motorrad von links und nach rechts lehnen Aber immerhin Das Ding ist noch in der Luft Langs flügt, kannst kämpfen Ja Sehr hoch die Rübe Scheiße, das wird nichts mehr Brrrr, du musst mehr Bodenziele vernichten Ja, wir sind ja schon bei der Basis Die wir dann haben, haben wir gewonnen Ja, die anderen waren unsere kleine Bodenziele schneller fertig Wie ist die große Basis Dann haben wir verloren Verlieren ist keine Option Also Propeller steht auch noch bei mir Sehr zufriedenstellend Ja, hast du den Segelflügel, es ist sehr umweltbewusst Muss ich schon sagen Ja, der linke Flügel fällt, der Propeller ist hin Und ich habe vorne ein Verdecker am Schaden Aber ich bin in der Luft Ja eben Geschwindigkeit kritisch, Nase runter Du musst die Aufwinde finden Die Aufwinde Ja Jetzt bin ich eingeschlagen Bisschen gescheitert Sag ich doch Das ist die großen Blattatt Sonst sind die kleinen Schlangenblatt Aber diesmal haben wir mit mehr Punkten verloren So, dann war es das wieder mit Wohsander Bis zum nächsten Jahr Ich bin Erster im Team Im Team? Im Team, ja man Du bist Erster generell, Alter Weil du so viele Bodenzielpunkte gemacht hast Schaden an Basis Ich habe über 2 Tonnen da Abgeschossen Ja, Rando 4 Tonnen abgeschossen Ist hinter dir, warum? Ja, weil ich es einfach drauf habe, ja Achso, okay Pro Ja Ich habe dafür 3 Flugzeuge geholt Von die Himmel Ja, Mann Professionell Oh, ich denke Wir müssen jetzt gleich Einen kleinen Cut machen, oder? Ja Wenn wir uns umziehen müssen Für was Neues Ja Ja Das hilft nichts Wenn wir mal das Hacke aussuchen Alles klar Dann Bis gleich Vielleicht ist ja der Robert auch dabei Ja Auf jeden Fall Danke für ein Jahr Treue Macht es weiter so Unser Ziel war eigentlich für das erste Jahr 10 Abonnenten Das haben wir vor 20-fach Ich habe gedacht Wenn wir nächstes Jahr 500 haben Das wäre geil Wenn wir 1.000 haben Das wäre natürlich absolut super Aber jetzt wollen wir mal nicht Größenwahnsinnig werden Nein, nein Nein, nein, nein Nein, nein Nein, nein So viel nerdisch Ich kann es gar nicht gegen die unseren Schmarrn anschauen Ja Ab 1.000 Abonnenten Lass ich T-Shirts drücken Das musst du dann auch halten Das weißt du schon Haben wir einen Videobeweis Okay Dann Vielen Dank fürs Zuschauen Bis gleich Danke Bis gleich Servus Tsch